Dieses zum Kauf angebotene 6 Zimmer Einfamilienhaus befindet sich in Wiesbaden. 2014 wurde dieses Gebäude erbaut. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Das Objekt verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 690 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 166 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 1.099.000 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020